Hallihallo und willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe Online Zupart 100. Wer hätte es gedacht, dass es tatsächlich mal so weit kommt. Ich bin heute aber nicht alleine, sondern der Benni ist auch dabei. Hallo. Ja, ihr müsst mich ertragen. Es tut mir leid. Genau, denn wir haben heute tatsächlich was Besonderes vor. Nämlich eine Special Challenge. Die wurde neulich im Stream vom Gaming Tube vorgeschlagen. Und zwar hat er gesagt, ey, lass dir mal Fragen stellen von irgendeinem Verrückten. Und nur wenn du die richtig beantworten darfst, äh, kannst, darfst du weiterfahren. Jetzt habe ich mich aber dazu entschieden, das ein bisschen zu modifizieren. Eigentlich habe ich es jetzt viel komplizierter, als es eigentlich mal war. Denn man kann ja nicht so einfach im NK8 online stehen bleiben, sonst fliegt man ja irgendwann raus. Stattdessen ist es jetzt folgendermaßen. Ab dem zweiten Rennen gilt das Ganze, wenn ich ein Item einsammle, muss ich sagen, Benni, stell mir eine Frage. Und Benni hat 25 Fragen und bei sechs Rennen macht das vier Fragen pro Rennen. Heißt, ich darf maximal vier Items pro Rennen einsetzen. Und auch nur, wenn ich die jeweilige Frage richtig beantworte. Das heißt, ich muss die Items sozusagen taktisch klug verwenden. Und ja, sonst darf ich sie halt nicht verwenden. Und nachdem ich vier Items verwendet habe, oder vier Fragen, sag ich mal, ist auch vorbei. Dann darf ich keine weiteren Items mehr nehmen. Das klingt wahrscheinlich ein bisschen kompliziert, aber man wird es vielleicht hoffentlich verstehen, ab wenn es dann richtig damit losgeht. Also insgesamt gibt es halt sogar sieben Rennen. Ist ja krass. Aber ist ja auch ein Special. Deswegen passt das schon. Und ja, die Fragen kommen aber nicht nur von Benni, sondern auch von Aqua. Und wo hast du noch? Du hast noch welche Fragen irgendwo her, ne? Ne, ich hatte gerade nochmal ein paar ergoogelt. Ergoogelt, okay. Quelle Internet. Richtig. Ich habe übrigens, das hast du jetzt gar nicht mitbekommen, ich bin jetzt sogar auf 28 hoch. Auf 28? Oh. Ja, das heißt, ich habe theoretisch sogar Puffer, falls ich eine Frage irgendwie nicht mehr so gut finde von meinen. Ja, das ist gut. Dann kann ich die halt. Das klingt gut. Also ja, das machen wir gleich ab dem zweiten Rennen. Ich werde aber die Pausen auch rausschneiden und so, weil, ja, da kommen wir eh keine Fragen. Und wir haben tatsächlich prominenten Besuch hier. Gerade der Tombi, der wurde neulich mal im Livestream angeschnitten. Scheint hier in der Lobby zu sein, wie ihr gerade gesehen habt. Ich glaube, ich habe sogar mal von dem irgendein Star Wars Video gesehen. Vor ewigen Zeiten. Aber ich bin mir nicht sicher. Der scheint hier gerade mitzufahren. Deswegen ist die Lobby auch komplett deutsch. Oh nein. Ich schaue einfach gerade mal seinen Stream und gucke mal, wann ich dich da entdecke. Welchen Charakter spielst du denn gerade? Ich bin mein Mii. Daran solltest du mich ganz gut erkennen können. Ich bin auch gerade ziemlich scheiße. Ja, perfekt. Gute Voraussetzungen. Oh Gott. Okay, ich bin fünfter geworden. Ja, du bist letzter tatsächlich. Ich sehe dich im Stream. Letzter bin ich. Ich bin fünfter. Okay, dein Mii hat sich auch gerade nach vorne getan. Okay, aber minus vier. Ich habe die meisten Punkte mit Abstand. Gut, dann sehen wir uns gleich im nächsten Rennen wieder, wo es dann mit der Challenge losgeht. So, jetzt geht es los. Ich werde gleich mal beim ersten Item direkt die Frage gleich stellen, wenn das Rennen dann losgegangen ist. Gucken, wie das wird. Ich weiß nämlich auch übrigens überhaupt nichts über die Fragen. Ich weiß nicht, was das für Fragen sind. Ich weiß nicht, in welchen Bereichen die sich befinden. Ich weiß, dass ich nicht gut fahren kann, wie man gerade sieht. Aber, keine Ahnung. Also, ich werde gleich komplett ins kalte Wasser geworfen. Also, die haben keine krasse Kategorie. Ein paar YouTube-Fragen, ein paar Fragen über deinen Kanal, ein paar Filmfragen, allgemeine. Gut, ich habe gleich mal drei Pilze. Ich erbitte also eine Frage. Okay. Wie heißt der bisher einzig preisgegebener Smash Ultimate DLC-Charakter? Joker. Richtig. Jetzt habe ich sogar schon den ersten Pilz eingesetzt, weil ich wusste, dass sie es richtig hat. Aber, was mache ich jetzt? Ich habe drei Pilze, darf ich die jetzt alle einsetzen? Ja. Okay. Gut. Bei einem Doppel-Item würde ich bei sogar auch sagen, nehm einfach beide Items, sonst ist die. Sonst sind die Fragen einfach voll schnell aufgebraucht. Okay, ich werde hier das Item nicht nehmen, ganz taktisch. Mal gucken. Soll es ja auch entlohnt werden für ein Doppel-Item. Also, habe ich erwähnt, was ich machen muss, wenn ich die Frage nicht beantworten darf? Dann darf ich, was muss ich denn machen? Ich darf es aber nicht einsetzen. Genau. Ja, oder du kannst es einfach in die wegschmeißen. Also, angenommen, ich habe jetzt eine Banane und die, dann darf ich die auch theoretisch ins Wasser werfen oder so. So, ich habe bitte noch eine Frage. Bitte noch eine Frage. Wie viele Mario Kart 8 Parts hast du bisher insgesamt bereits hochgeladen? Also, beide Spiele. Lass mich rechnen. Das hier ist ja eigentlich der 102. Plus, es sind 50 Parts. Aber ich habe noch ein außerpartiges MK8-Video. In Part Länge, aber. Ich weiß nicht, ob du das jetzt zählen willst. Dann sind es entweder 102 oder 153. Also, 152 ohne das? Ja, okay. Meinst du? Ja, genau. Okay, weil ich habe 151 gerechnet durch die Playlist. Ah, weil... 101 von Deluxe und 50 von MK8-View. 101? Aber das hier ist ja das nur der zweite. Ach ja, stimmt. Jetzt habe ich mich... Ich habe das hier schon mitgerechnet. Ah, dumm. Ja. Okay, dann darf ich es nicht mit... Dann darf ich das Item nicht verwenden jetzt, weil das ist ja... Nee. Aber es ist ein Stern. Jetzt kann ich für den Rest des Reds einfach kein anderes verwenden, weil... Das kann ich ja nicht wegwerfen. Außer es wird dir geklaut oder rausgeblitzt. Ja, die hat ein Buu. Komm schon. Klau mir das, klau mir das. Scheiße, da braucht man einmal ein Buu. Er wankt einfach, einen Stern geklaut zu bekommen. Ja, jetzt habe ich den jetzt... Ansonsten, du kannst ja theoretisch noch eine Frage stellen lassen. Stimmt, mach schnell, 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 schnell. Okay, wie heißt das Minecraft-Projekt von Aqua? Atlantis. Ja. Ich hätte eigentlich sogar noch eine Frage stellen müssen, weil... Da hätte ich noch den Goldpilz verwenden können, aber... Egal. Oh Gott. Ja, also ruf einfach nur nach einer Frage, wenn du eine haben willst. Ungeachtet dessen, was du hast. Alles klar. Mach ich einfach mal. Um Gottes Willen. Alter. Babypark. Das ist komplett gerippt hier. Okay. Das wird spannend. Alles klar. Ich überlege gerade mal, wie viele Items es hier gibt. Es gibt sieben Runden. Es gibt 14 Items. Ja, okay. Ich möchte direkt eine Frage haben. Okay. Welche Konsole erschien am 15. November 2013? Am 15. November... Das ist gemein. Ich weiß, dass PS4 und Xbox One, glaube ich, im November rauskamen. Das muss ich jetzt voll raten. Ich sag einfach mal die Playstation. Ja, richtig. Boah. Jetzt kann ich endlich die Greenshot einsetzen. Geil. Okay. Ich versuche jetzt mal möglichst die kürzeren Fragen zu nehmen. Bitte noch eine Frage. Okay. Hauptstadt von Hessen. Wie ist Baden? Richtig. Oh, ja. Ich kriege nur Pilze. Egal, noch eine. An welchem Tag wird dein Kanal erstellt? Der jetzige? Ja. 1.1.2016. Korrekt. Oh, jetzt gibt mir irgendwie... Wieder nur einen Pilz? Ich kriege nur immer nur einen Pilz. Ich habe nur noch eine Frage, ne? Oh. Ich glaube, ja. Scheiße. Ich kriege nur einen Pilz. Oder? Ja. Ja, ich glaube, ich habe schon drei. Äh, das ist bei Babypark echt ein bisschen scheiße mit sieben Runden. Warte mal. Ich hebe mir den für die letzte Runde auf. Aber stell schon mal ruhig die Frage. Okay. Welche Jahreszahl hatten wir vor 3000 Jahren? Vor 3000 Jahren? Mhm. Das Rennen ist einfach schon vorbei. Ich kann gar nicht mehr... Hey, warte mal kurz. Bin ich jetzt blöd? Vor 3000 Jahren? Also es ist eine Vor-Christus-Zahl, logischerweise. Ja, ja, natürlich. Aber... Aber... Ist das... Da muss man ja andersrum denken. Ist das dann 1000... 1019 vor... Nee. Was ist denn das dann? Das will ich jetzt gerade wissen. Ich lasse mal die Wartezeit drin, weil das ist mir gerade... Ich überlege gerade. Ich komme gerade nicht drauf. Oder? Das ist doch nicht 1019 vor Christus. Das macht keinen Sinn. Nee. Nee. Das ist ein bisschen zu viel. Zu viel? Also ein bisschen zu weit in der Vergangenheit. Warte mal. Vor 1000 Jahren war 1019. Und davor... Und dann war 19. Aber dann ist ja nicht minus 1000. Dann ist es 999. 919. Nee, aber nicht ganz. Hä? Bin ich jetzt total plemplem? Ich habe mich gefürchtet von Mathefragen, Alter. Das ist die einzige. Boah, sag's mir. Ich habe keine Ahnung. 981 vor Christus. Warum? Was? Ach ja, stimmt. 19 minus 1000. Oh Gott. Alter, genau aus dem Grund habe ich mich davor gefürchtet. Keine Sorge, das war die einzige. Ich dachte nur, eine so eine Frage muss rein. Okay. Alter. Und jetzt fahren wir 200 Sonnenflughafen. Ich freue mich. Geil. So eine Scheiße. Oh Gott. Ei, ei, ei. Das ist ja gut. Wenn das die einzige Mathefrage war, dann habe ich es jetzt immer hinter mir. Ich warne dich schon mal vor, die nächste Frage wird eine Schätzfrage mit der Toleranzgrenze 100.000. Wie viele Abonnenten hat PewDiePie? Ernst? Oh, ich dachte gerade schon. Ich habe das Item verpasst. Ich konnte jetzt gar keine Frage stellen. Warte mal, kriege ich das Item überhaupt? Ich komme hier gar nicht. Doch, jetzt habe ich es. Bitte die Frage. Okay, wie viele Videos hat der Kanal WebDriver Torso veröffentlicht? Kennst du den? Nein. Das ist dieser Kanal mit diesen blau-roten Kästchen. Ich habe keine Ahnung, wo 100.000... Kennst du den nicht? Warte mal, du sagst den Schätzbereich 100.000? Ja. Es geht um Videos. Es geht um Videos. Jetzt will ich mich komplett hochnehmen. Boah. Ja, keine Ahnung. 100.000? Dann muss der ja mindestens 100.000 haben. Äh, 200.000 haben. Ja. Boah, ich kann mir gerade den Content nicht vorstellen. Boah. Das sind nur diese roten und blauen Kästchen auf weißem Hintergrund mit diesem B... Biii Bii Buuu. Habe ich noch nie gesehen. Geräuschen. Ich schätze einfach mal 364.000. Äh, ne, es sind 624.702. Zum aktuellen Zeichen. Oh, ich habe den Pilz eingesetzt. Ah, Mist. Aus Versehen. Ach, egal. Ich stürze mich aber mal runter. Vor allem, ich habe den Zeit in der ganzen Runde. Okay. Die Bananen werfe ich mir einfach hier ins Off, weil die kann ich eh nicht gebrochen. Ja. Oh, jetzt habe ich eine Redshelm. Okay, noch eine Frage, bitte. Okay. Hat der Suchbegriff Minecraft mehr oder weniger als 250 Millionen Google-Treffer? Ich würde sagen mehr. Ja, es sind 473 Millionen. Ja, Minecraft stay strong, Alter. Okay, noch eine Frage. Okay. Okay, in welchem Monat war dein erster Livestream nach der Pause? Äh, August? Ne, Juli. Ju, was? Juli, das ist dieser Test-Stream Mario Kart 8, der irgendwie eine Stunde ging. Was? Dein zweiter war der mit Breath of the Wild blingend. Ernst? Ach, stimmt. Boah, das habe ich ganz vergessen. Das war nur bei den alten Quali und so. Alter, ich habe dieses Ding zwei Items eingesetzt. Oh nein. Wie furchtbar. Aber wir müssen die Challenge auch mal andersrum machen auf jeden Fall. Das macht Spaß. Ja, das ist echt witzig. Oh nein. 200 Yoshis Piste. Ey. Weißt du, das ist voll scheiße. Man muss Fragen beantworten und sich dann auch noch aufs Spiel konzentrieren. Eieiei. Kann ich eigentlich jetzt schon vor Rennbeginn dir also um eine Frage bitten, damit ich direkt das erste Item verwenden kann? Kannst du machen. Dann mach mal. Okay. Wie heißt das erste Harry Potter Buch? Harry Potter und der Stein der Weisen. Korrekt. Also das war ja... Ich kriege sogar einen Pilz für den Shortcut. Oh, ist das gut. Die Frage war von Aqua. Natürlich war die langweilig. Mein Spaß. Okay. Ich bin einmal vorne jetzt. Okay. Ah, warte mal. Mal gucken, was ich bekomme. Dann... Ja, eine Ratsch... Na... Ja... Na... Will ich denn schon... Ah, ist eigentlich erst die erste Runde. Ich glaube, ich sollte das lieber aufsparen, tatsächlich. Ich glaube, ich spare das erst mal. Dann kann ich den Tombi abschießen. Wobei du kannst ja jetzt schon eine Frage stellen und es dann einsetzen. Stimmt. Stimmt, das geht. Ja, dann hau mal raus. Okay. In welchem Monat kam Super Mario Bros. 1 heraus? September. Aber welches Jahr? Achso, du hast nur Monat gesagt. Äh, 1985. Ja, ja, ich... Ja, ja, ich... Richtig. Haha. Habe ich nicht so ganz richtig vorgelegt. Boom. Weißt du, warum ich das weiß, dass es September war? Warum? Weil Super Mario Maker ebenfalls im September rauskam und die das... Ich glaube, das war am 13. September, dass Mario Bros. rauskam. Und die wollten... Mario Maker kam... Was war das für eine Physik? Und Mario Maker kam am 11. September raus, weil die möglichst nah an das Releasedatum rankommen wollten. Naja, das war... Da weiß ich das noch. So. Okay, ich habe noch eine Runde und noch zwei Fragen übrig. Dann würde ich fast sagen, ich möchte jetzt... Aua, eine haben. Okay. Schätzfrage mit der Toleranzkranze 20. Wie viele deutsche YouTube-Kanäle haben eine Million oder mehr Abonnenten? Boah, ich glaube, das sind mittlerweile sogar 100, oder? Ja, ziemlich genau. Also nicht ziemlich genau, viel mehr eigentlich. Na gut, dann schätze ich mal 100... 100... 109. Na, 168. Was? 118. Nein. Okay. Doch. 168. Bitte schnell die nächste Frage. Okay, in welchem Monat fand 1969 die erste Mondlandung statt? Juli. Richtig. Ja, ich habe noch einen Pilz einsetzen können. Geil. Oh, das am Ende zählt nicht mehr. Oh, ich habe noch das Prinzip zweimal auf meinen Goldpilz gedrückt, aber es hat mir jetzt gesagt. Alter. Das wäre es. Es wird ja immer schlimmer hier. Ich dachte nur, das mit Webdriver Torso würdest du kennen. Ich habe das noch nie gehört in meinem Leben. Ich dachte, du willst mich verarschen, als du gesagt hast, 100... Es gibt sogar einen Easter Egg, wenn man das eingibt. Webdriver Torso, dann ist die YouTube-Seite, wenn man das noch mit dem alten Design hat, wirklich in dem Stil, wie die Videos sind. Ich dachte, du willst mich verarschen, als du gesagt hast, auf 100.000 ist die Easter Egg. Nein, ich schicke dir jetzt einen Screenshot davon. Das möchte ich mal sehen, ja. So. Die Catchung. Ich weiß gar nicht, welches das Rennen das jetzt ist. Ich glaube, das ist das fünfte schon. Bin mir gar nicht sicher. Je nachdem wie viele Fragen wir haben, sind es vielleicht am Ende auch noch mehr Rennen. Mal gucken. Ich habe ja nicht in jedem Rennen alle vier, glaube ich, eingefordert. Ja, wir haben noch ein paar auf jeden Fall. Gut. Wunderbar. Ach, das Item habe ich verpasst. Uff. Ich erinnere mich gerade daran, dass wir am Anfang gesagt hatten, oder vor der Aufnahme, dass ich Münzen einsammeln darf. Aber das Witzige ist, bisher hatte ich noch keine einzige Münze. Und eine Bananen und einen grünen Panzer kannst du auch benutzen. Stimmt. Ja gut, ich hatte drei Bananen, die habe ich dann weggeworfen. Naja, drei. Als ob der mich in der Luft snipet. Ey. Das zeige ich an. So, ich weiß nicht, soll ich den Pilz? Ein Pilz bringt mir halt gar nichts. Den will ich halt weg haben. Also, ich erbitte eine Frage. Okay. Aus welchem Monat stammt Huntys? Heißt der so? Aktuellstes Best-of. Auch das Jahr. Oh mein Gott. Also das Jahr müsste... Ja, mobb mich doch! Das Jahr müsste... Ist das... 2017 müsste es auf jeden Fall sein. Alter, ich bin zwölfter und kriege auf die Fresse. Also ich habe aufgehört mit Let's Plays im März. Das war auf jeden Fall davor. Ich schätze mal im Januar. Nee, im Juli. Im... Juli 2017. Während ich meine Pause hatte? Hä? Das ist das Zelda-Ding. Von Wind Waker? Juli 2017, nicht 2018. 17. Ja, aber 17 hat die auch. Im Juli hatte ich doch schon mal eine Pause, oder nicht? Da kam ein Video, glaube ich, von Splatoon. Ah, nee, doch nicht. Nee, hast recht. Nee, hast recht. Das war das Zelda-Best auch. Okay. Auf jeden Fall. Geil, jetzt habe ich den Pilz immer noch. Okay, da brauche ich noch eine Frage. Okay, welcher einzelne Musiker hat die meisten Abonnenten auf YouTube? Da kennt ihr diese Musiker-Karte. Ja, ich... Ich schätze mal... Ed Sheeran. Nee, Justin Bieber. 42,7 Millionen. Das glaube ich mir nämlich... Ich habe gerade so gestruggelt. Ich dachte mir vielleicht, Ed Sheeran ist beliebter so insgesamt. Ja. Okay, dann... Das war dann wohl jetzt die dritte Frage schon. Aua. Okay. Wie lang sind alle Harry-Potter-Filme insgesamt? Toleranzgrenze eine Stunde. Oh, Leute. Ich habe die ja neulich alle erst am Stück... Also nicht am Stück, aber über ein paar Tage gesehen. Ich glaube... Ah, wie lang... Ich weiß nicht mal genau, wie die insgesamt waren. Ich schätze mal, es sind acht Filme. Also sind es mindestens... Ich schätze mal so, es sind... Was war die Toleranzgrenze? Eine Stunde. Ich sage einfach 21 Stunden. Ah, es sind 19. 90? Ich wollte erst 20 sagen. Ich bin bei diesen Toleranzgrenzen immer davon ausgegangen, dass du relativ runde Zahlen nimmst, die noch in der Grenze lagen. Weil den YouTube-Kanal zum Beispiel dachte ich 150, das wäre drin gewesen. Ey, das ist das schlimmste Rennen. Ich glaube, ich habe in diesem Rennen... Ich konnte mir nicht mal meinen Pilz gerade einsetzen, weil ich den weggeblitzt bekommen habe. Jetzt bin ich letzter. Ja, dann hättest du einfach ein Ersatz-Item nehmen können. Ja, nee, das war nach der letzten Itembox. Das war bei DK-Dschungel bei der Flugrampe. Minus 30, aua, aua. Das tut ein bisschen weh. Das ist das schlimmste Video. Willkommen zu Part 100. Ja. Hier gibt es nichts. Okay, wir haben noch über 10 Fragen. Das heißt, es werden am Ende wahrscheinlich doch mehr als 7 Rennen. Also insgesamt 7 Rennen. Weil, ja, haben wir uns gerade zu überlegt, sonst werden die ja niemals verbraucht, die Fragen. Ja. Aber, ja, ich fahre jetzt zurück aus der Canyon. Ich erbitte... Ich erbitte direkt mal eine Frage. Komm. Okay, von welchem Kartenspiel stammt die bekannte Plus-4-Karte? Äh, von Uno. Richtig. Das ist nämlich gut, weil... Neulich habe ich ja mit Agfa und, ich glaube, Roman und Marc, glaube ich, Tabletop-Simulator gespielt. Da haben wir ja auch Uno gespielt. Daher weiß ich das. Sehr gut. Ich habe es lange nicht mehr gespielt davor. Ich kriege nur einen Pilz, Mann. Ich frage schon mal direkt vor, ob kennst du die Voyager 1? Ja, ja, ja. Ich glaube schon. Okay, gut. Nur nicht, dass jetzt wieder sowas kommt wie bei WebDriver Toso, dass ich davon ausgehe, dass das so bekannt ist. Was mache ich denn hier für ein Scheiß, Alter? Ich fahre auf den Shortcut zu, denk mir, nee, ich nehme ihn doch nicht. Und fahre dann trotzdem weiter darauf zu. Was ist denn das? Okay, ich muss diesen Pilz loswerden. Bitte noch eine Frage. Okay, wie weit ist die Voyager 1 von der Erde entfernt? Toleranzgrenze 2 Milliarden Kilometer. Wenn du das schon so sagst, Alter. 2 Milliarden. Boah, ist jetzt die Frage, ne? Also ich glaube, die... Wie weit war nochmal die Sonne entfernt? Hatten wir nicht mal nur über den Stream über den Mars geredet, wie weit der entfernt ist? Das waren irgendwie 2 Millionen Kilometer oder so, ne? Aber das ist ja... Also... Wenn die Toleranzgrenze 2 Milliarden ist. Ich schätze einfach mal, es sind 8 Milliarden. Äh, 21,6 Milliarden. Ich kann auch nochmal live nachgucken. Ich bin komplett aus. Alter. Nimmt jährlich um 540 Kilometer zu. Holy shit. Es geht ja schon aufs nächste Sonnensystem zu. Auf hier Astromeda oder wie das heißt. Andromeda, ja. Irgendwie sowas. Oh Gott. Okay, ich brauche die nächste Frage. Ich habe schon wieder kein Item eingesetzt. Das Ganze, ey. Okay, eine einfache. Welcher von unseren Zuschauern ist besessen von Waifus? Äh, Cube. Richtig. Gut, ey, das ist eine gute Frage. Und die nächste. Okay, welches Rhythmus-Spiel streamte Aqua früher und ab und zu noch heute? Äh, Rhythmus-Spiel? Ist Ozu ein Rhythmus-Spiel? Ja. Oh nein, ich... Oh, jetzt habe ich den Shortcut so verkackt, weil ich gegen die Pflanze gefahren bin. Dass es mir nichts gebracht hat. Ich werde aber letzter. Ja, moin. Wie kann man denn... Hm. Ey. Minus 4 und 3, Alter. Das ist zu hart. Es tut mir so leid. Das ist so heftig. Aua. Okay, Rainbow Road. Da ist natürlich alles ein bisschen anders, weil hier gibt es bloß drei Abschnitte. Das heißt, ich kann theoretisch in einem Abschnitt zwei Items verwenden. Das wäre eigentlich ganz smart. Vor allem jetzt, wo ich ganz hinten bin, sollte ich es am besten machen. Ich weiß gar nicht, wo das erste Item kommt. Kommt das direkt hier? Wo ist denn das? Nee, da vorne ist das. Okay, ich bitte schon mal die erste Frage. Okay, Harry Potter Teil 7. Welcher der beiden Teile ist länger? Ähm, du meinst jetzt von den Filmen, hm? Ja. Ich glaube, der achte Film ist länger. Der letzte. Nee, der ist 16 Minuten kürzer. Ernsthaft? Ja, das ist schon 26 Minuten. Ich hätte jetzt gedacht, der ist viel länger wegen der Schlacht und so. Okay. Ja, dachte ich auch. Hast du den mittlerweile schon gesehen? Nee, ich bin da bei Teil 5, glaube ich. Da war es jetzt ein halber Spoiler. Ich werde mal die Bananen hier lachen. Schlacht am Ende. So, ich brauche auf jeden Fall die nächste Frage. Ich habe drei Pilze. Okay, wie heißt der nächste Avengers-Film, der Frühjahr 2019 veröffentlicht wird? Avengers Endgame. Ja, richtig. Ja, ich habe drei Pilze, Alter. So, habe ich ein Item bekommen, Leute? Einen Stern? Oh ja, noch die nächste Frage. Schnell, schnell. Okay, wie viele Menschen sind wir derzeit auf der Erde mit 0,2 Milliarden Toleranzgrenzen? Äh, 7,6. Richtig. Ja. Hast du gar nicht gebraucht, die Toleranzgrenzen? War das echt genau 7,6, Alter. Ja, 7,6. Schnell, die nächste Frage, schnell, schnell, schnell. Okay, aus welcher Spielereihe kommt Joker? Äh, Persona. Richtig. Oh mein Gott. Ey, ich habe gerade, ich könnte erster werden, ohne Spaß. Ja, die nächste Frage, schnell. Schnell, schnell, schnell. Ich, ich, okay, benenne drei aktive Moderatoren deines YouTube-Kanals. Nein, ich habe, äh, äh, Banando, Pichu, Cube. Adrenaline Cube. Ich hätte, jetzt habe ich eine Banane. Oh nein, ich brauche die Red Shell. Scheiße, war das. Komm schon, komm schon. Nein, er hat noch eine Banane. Ich habe jetzt übrigens keine mehr, wirklich. Okay. Alter, ich hätte fast erst, oh, hätte er keine Banane mehr. Das wäre aber ein cooler Abschluss gewesen. Das wäre richtig krass gewesen, okay. Uff. Ei, ei, ei. Gut, also die Fragen sind leer. Ja, die Fragen sind leer. Ich habe noch eine, aber die bringt dir jetzt auch nichts mehr. Aber immer zu Hause, Joe, kannst du dir ja trotzdem noch stellen. Okay, wann kam das erste Best-Off von Hanty-Dono? Oh mein Gott. Das hätte ich aber auch nicht gewusst. Das war eine Frage von Aqua. Ich überlege gerade, was das überhaupt war. War das? Ich kann es dir als Tipp sagen. Ja, ja. Wenn ich es hier finde, ganz schnell. Ich meine, es war Mario Kart Wii, oder? Ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich gucke schnell nach. Mach mal. Ja. Mario Kart Wii? Boah. Ich schätze... Oktober... Nee, 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 nee. Früher. August 2016? Oh, ist ein Monat vorbei. Juli. Oh. Verdammt. So eine Scheiße. Okay. Alter. Das war eine lustige Challenge. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Bei dir am besten dann. Ja. Bei FH 1000. Morgen dann. Morgen dann, genau. Gut. Dann nochmal danke an euch beide für die Fragen und so. Und, äh, ja. Dann, äh, euch Dankeschön nochmal für die ganze Support bei den 100 Folgen übrigens. Und dann sehen wir uns sehr bald wieder bei einer weiteren Folge. Und guckt ansonsten bei anderen Sachen vorbei. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.